ich fange an zu satt ein alter ich fange an zu satt ein alter ups inka inka huch das ist heiß der wasserdach heißer wasserdach und so wird er gemacht so sieht er aus das ist butt liebe leute der wird eingemehlt und dann kommt er so rein und wie er sich noch bewegt der ist so frisch ich fange an zu satt ein so ich werde viel spaß beim essen haben das gibt es dazu das gibt es dazu leckere tüftel tüftel wie sagen in bayern tüftel kartoffeln mit gurken so sieht das denn ganze aus ich freue mich da schon aufs essen ihr habt gesehen wie es gemacht wird oder wie meine liebe inka das gemacht hat ich freue mich das ist der leckere butt ich sappe schon richtig total doll so meine lieben wenn euch das gefallen hat lasst einen kommentar da ja meine gabe liegt scheiße ich weiß aber es geht ja auch um das was auf dem teller ist so bis zum nächsten mal ciao 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 ciao